So, was haben wir jetzt hier? Am I? Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Demontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Bist du dicke mit deiner Demontageeinheit? Seid ihr die besten Kumpels oder was? Da oben müssen wir hin. Mach mal boing. Dann lande ich hier. So. Das heißt, da muss da irgendwie eins hin. Warte mal, ich muss hier erstmal ein Portan abzwacken. Wo müssen wir nochmal hin? Da oben, ja. So, ich spring mal da unten rein. Da noch irgendwie hoch. Da hast du noch so ein Laserding, ne? Der Laser ist da oben drin. Da ist ein Laser drin. Gegenüber, da wo das rote Portal rauskommt. Da oben drin ist der Laser. Sollte ich... Sollte dann das... Ich drehe erstmal rüber. So, warte mal. Da oben müssen wir irgendwie auch da hin. Da ist auch noch ein Knopf. Ja, dann fällt da wahrscheinlich der Ball runter. Und hier ist auch ein Laser drin. Drück mal den Knopf. Ja, dann fällt da der Würfel. Jetzt nichts, oder was? Ja, den müssen wir abfangen. Ja, ich kann von hier was nichts machen. Musst du mir jetzt irgendwie bauen. Ich komm aber nicht da unten an die Quelle ran. Was? Äh. Okay. Das hast du beide nochmal sterben. Auch nicht sterben. Ich lande einfach wieder hier. So. Blue, warum machst du das mit Orange? Ja. Spaß macht. Warum machst du das? Äh. Zwack mal die Quelle da oben ab. Genau. Und setz sie mal da oben hin. Ganz oben in der Ecke. Dass ich da auf die Brücke überfahren kann. Da oder was? Ne, links. Da. Also genau da hin. Warte? Mach doch mal so einen Marker, dann weiß ich's. Danke. Passt das vom Optischen her? Ja, müsste passen. So. Ne, du musst auch ein Stück zu Bier mit dem Ding. Ein Stück zu dir noch. Auf selbe Höhe, oder was? Ja, Höhe ist gut. So ist ideal. Du kannst da auch nochmal rüberfliegen. Achso, ja gut. Gut, gut. So. So. Jetzt musst du das irgendwie so bauen, dass du den... Würfel fängst. Genau. Ich weiß noch nicht, wo der jetzt runterfällt. Genau. Aber da ist nichts, wie ich den fangen könnte. Wahrscheinlich musst du den wieder im Flug fangen. Ich? Ne, ich. Wach mal. Äh. Noch mal. Wieb. Sieht gut aus. Mal. Wieb. Ja, das Ding ist zu spiel ausgelöst. Krieg den nicht. Muss aber so gehen. Wieb. 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 Ich krieg den nicht. Wurst du kriegen. Achso. Was? Passt. So, jetzt rück ich. Oh Mann. Drei. Zwo. Eins. Der hängt da oben irgendwie drin fest. Eins. Zwo. Drei. Ich krieg den nicht. Woanders gehen. Da kannst du ihn abzwacken. Dein dunkelblaues muss da unten in die Ecke rein. Da unten. Mach einfach Dings. Äh, du passt noch nicht ganz. Jetzt. Jetzt hab ich den. Du musst den blauen Macher woanders setzen. So, jetzt hab ich nen Würfel. So, der muss. Jetzt musst du mich da irgendwie. Jetzt müssen wir irgendwie zu dem Laser dahin bei dir. Warte mal. Ja, warte, 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 warte. Also so oder was? Äh. Ne. So. 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 Setz den mal so. Dann doch jetzt hier rüber erstmal. Ja, genau. Hier ist nämlich der Laserstrahl. Okay. Die müssen wir mit zwei Portalen hinten hinbringen. Geh ich erstmal zu dir da. Genau da muss der Laser rein, wo mein rotes jetzt ist. Der Laser muss da hinten treffen. Da ist das Ding. Siehste? Ja. Da ist so n Ding. Irgendwie musst du jetzt da rüber, wie ich da vorhin rüber gekommen bin. Oder kann der durch? Gibt er wieder durch? Ja, kann er, aber das reicht nicht. Aber ich kann da auch kein Portal durchschießen. Ja. Warte, ich probier's aber. Ach, das ist voll das Scheißding hier. Ähm. Ich bring nochmal runter, wenn mich das Scheißding lässt. Oh, fuck. So. Jetzt rüber. Gar nicht, ich muss gar nicht rüber. Da jetzt dran? Was hast du jetzt vor? Da hinten ein Portal hinsetzen, dass der Laser da durch kann. Geh dann einfach rüber. Wie kam ich nochmal da hin, wo der Laser-Dings ist? Erstens muss ich da rüber, weil es mein Portal ist. Ja, dann sag. Wo muss ich das denn jetzt nochmal gegenschlagen? Da hinten, ne? So, du musst mir jetzt... Genau, da fang ich rüber. Ja, freu dich. Mach gleich den Portal weg. Errungenschaft Luftübung. Sollt. Nein! Du hast jetzt nicht den Würfel kaputt gemacht, oder? Ne. Ich hab das rote Verteil hier hingesetzt und das gelbe. Ja. Toll. Jetzt komm nochmal zurück, ne? Ja. Ah. Ich bringe nochmal nach oben, bitte. Sonderwitcher auch noch. So. Mach mal den Portal rein. Mach mal den Portal hier weg. Das ist irgendwo woanders irgendwo, genau. Kann ich hier mit durch. So. Ja. Jetzt musst du noch hierher kommen und alles ist gut. Ist ja gut so. Ja, ne. Setzt den doch da hin. Ja. Ach, ich muss da hinten rüber. Ja. So, ne? Ja. Drück mal Q. Oh. Ah, jetzt hab ich auch die Rungenschaft. Ja. So. Jetzt kommen wir hier hoch. Oder ich zumindest hier hoch. Na gut. Hört ihr jetzt auf? Das ist nicht nötig. Ey. Ja. Ja. What the fuck. Oh Mann. Läuft doch besser als gedacht eigentlich. Jo. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden wir schon wieder aufgeben. Das kommt ja immer so wenig vor. Eine Stunde fünf. Na, das geht ja auch noch. Äh, warte mal. Ich glaub schon, nicht weg. Blue, wie gut kennst du Orange wirklich? Vertraust du Orange? Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Du hast mich betrogen. Ja. Sonst mal. Mit deiner Mutter. So, das muss jetzt da irgendwie da. Knopf, drück, Knopf. Warte. Ja. Ja. Drück, drück, drück. Au, das ist jetzt irgendwie... Schubumkehr. Krang. Ey, das ist auch noch Krankstand. Ja, das ist eine Schubumkehr. Ja. Ja, wir brauchen den Würfel da oben. Das ist dann, wenn wir wieder hinkommen. Und hier muss man noch irgendwie Treppen ausfahren. So komm ich da rüber. Nicht. Ich aber. So. Jetzt musst du die Schubumkehr benutzen. So. Ich weiß nicht, ob ich hier liegen bleiben. Damit wir irgendwie hier rüber kommen. Ja. Ey, wie muss das so klappen hier? Ja. Da ist... Dings... Ist da oben noch irgendwas? Da oben ist noch was, ja. Da muss der Würfel rein, oder was? Weiße. Ach so. Ach, ich hab's. Ja. Aber jetzt ohne Schubumkehr. Ohne Schubumkehr, genau. Kann ich da wieder rüberfliegen, ne? Genau. Wo ist das Ding da? Okay. Das war einfach. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob ihr dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Hey. Jawoll. Mutti hat mich lieb. Du bist das Lieblingstestsubjekt von einem durchgeknallten Superroboter. GZ! Mutti hat mich lieb, dich nicht. So. Ich hab mich selbst lieb, das reicht nicht. Monogam, ja. Da schweigt er. Stimmt, Blue. Das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Siehst du? Was? Orange, möchtest du etwas sagen? Ja. Ich möchte ein Vanilleeis. Da. Oh, lecker. So. Wo müssen wir hin? Ich freu mich so, ich bin abgerutscht. Ja. Auf der Eis wieder ausgerutscht, sicherlich. Cool. Jetzt musst du da oben ein Portal gegen machen. Wo? Da hinten, wo das Ding einschlägt. Mehr oder weniger. So. Und jetzt muss das andere Portal irgendwie... Geh mal gucken. Ja, geh mal gucken. Da hinten müssen wir hin. Kannst du da nicht gegenüber als gegen machen? Andere Richtung. Da, ja. Ja, genau. Und jetzt da, wo du bist. Ja. Baby hat's nicht gerade zerlegt. Da kamen gerade Pfeile von oben runter. Cool. Also so geht's nicht oder was? Deswegen... Deswegen... Ja. So... Deswegen ja. Guck mal, die müssen wir glaube ich irgendwie deaktivieren doch, oder? Ja. Hier ist aber kein Knopf. Oder ist da hinten ein Knopf? Hier... Irgendwas hin. Ja. Auf da oben. Das ist aber kein Knopf. Das Ding... Das hört mich jetzt aber nicht leicht, ne? Ja. Ja. Da oben muss irgendwie ein Knopf sein beim Ausgang. Ich geh mich da ran. Äh... Ehh... 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 Warum ging jetzt meine Portale weg? Weil da so ein Ding ist, wo man durchfährt. Ich muss die da setzen. Achso. Und du musst jetzt da durch. Und dann musst du da hinten irgendwie ans Gegen schlagen. Und dann muss ich da irgendwie... Keine Ahnung. Ähh... Das war jetzt... Du drückst mich an die... Ah! Komm mal. Ja, wacht da mal. Auf. Ja. Und jetzt hab ich noch eine andere Portalfläche. Ne. Ich muss erstmal... Da. Damit du da rüber kommst. Dann musst du gleich da und dahinten. Wo ist denn da und da? Da ja. Wo du vorhin schon das andere gemacht hast. Da. Rechts da oben. Ja. Und dann hier. Gegen. Oh. Bin abgestürzt. Ich seh's. Also. So. Ich mach das mal. Wo ich gegen machen soll. Ne. Erstmal muss ich jetzt da und da. Ne. Ne. So. Dann fährst du da hinten rüber. Ja. Dann wenn du da in der Mitte bist. Irgendwie. Ja. Musst du... Dreh ich um. Dass du wieder zurückfährst. So machst du ihr eins gegen. Wo ich jetzt vorstehe. Ja. Und während du da in der Mitte bist. Machst du da oben eins gegen. Dann müsstest du da rauskommen, oder? Ne. Dann fahr ich runter. Weil dann beide blockiert sind. Warte. Ich probier's mal. So. Ich mach's so und da hätten eins gegen. Ey. Noch nicht. Jetzt. Und. Ey. Ich muss jetzt dich umdrehen und du musst jetzt da hinten. Ne. Warte. Ne. Geht ja nicht. Weil hier das Ding wieder ist. Jetzt kann ich jetzt. Aber dann fährst du. Ne. Das geht auch nicht. Ja. Warte mal. Schick mich mal nochmal in die andere Richtung. Ist hier überhaupt nichts, wo ich noch was gegenwiesen kann? Oder oben, ne? Hier sinkt es auch. Doch. Ah. Dreh mich mal um. Da links ist was. So. Ne. Jetzt geht's aber wieder weg. Ja. Verdammt. Dreh mich nochmal um. Also. Ich kann da was hinsetzen. Da. Nur. Häh. Jetzt ist es wieder weg. Das ist das Problem an der Sache. Was ich da jetzt gegenfalle, bringt es mich um. Oh. Warte. 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 Ja das killt dich dann. Achja. Scheiße. Stimmt. Ich weiß es nicht. Kannst du da rein springen? Worein? Das kann gehen. Moment. Dass ich in den anderen strahl da rein springen muss. Ja genau. Setzt jetzt erst das andere. Dann springst du da rein. Dann machst du hier eins gegen. Dann müsstest du dort auch rauskommen. Jetzt springst du da rein. Na ja noch nicht. genau. Genau. Ah okay. Jetzt da rein. Wieder. Den da rüber. Vielleicht kann er auch einfach durchweben. Geht auch. Ja gut. Dann auch so. Und hier hast du Knopf den die drücken kann. Mhm. Der löst da unten irgendwas aus. Dann drück den jetzt mal. Ja warte mal. Dann muss ich da hinten kommen. Ja Orange, wir sind allein, Blue hört dich nicht, furchtbar, glücklich, böse kleine Maschine. Warte, jetzt musst du doch irgendwie da oben kommen, ne? Aber jetzt muss ich da und da, ne gar nicht da. So jetzt, ne dann gehen meine ja weg. Ja. Hör nochmal den Knopf. Ach ne, warte, warte, warte. So, so. Dann werde ich ja kaputt gemacht da. Ne, ne. Ah. So. Jetzt musst du dann gleich rüberspringen, ne? Hm. Ah! Und wenn du drüben bist, gehe ich runter und du kannst deine eigene Portale setzen. Also, nochmal da durch jetzt. Ich muss dann da oben eins gehen. Rechts jetzt. Genau. Die freie Fläche da noch. Und oben. Oben, oben, oben. Ne, ne, nehme ich um. Oh. Oh. Was hat du jetzt gemacht? Du musst oben gehen fließen, Mensch. Oh, dein dummes Portal war da noch. Du hättest oben gehen müssen. Oh, Mensch. So. Und oben gegen, ne? Nicht da, oben, über dir! Genau. Ah. Da, Trottel. Das hab ich gar nicht gesehen. Ah. Das ist eine, wo wir sie verstehen, bitte. Fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Ja. Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Demontagestation erreichen. Moment, du würdest nicht die nächste Demontagestation erreichen, das heißt, du würdest immer ganz bleiben. Ja. Tolle Strafe. Ein Leid, ha 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 ha.